Die christliche Hoffnung ist, dass Gott die Ungerechtigkeit kennt, weil er sie selbst erlebt hat. Er ist auf der Seite der Opfer von Ungerechtigkeit und lässt sich nicht bestechen. Gott wird eines Tages alles richtig stellen und niemand wird davon kommen mit Korruption und Bösen. An all das Dunkle dieser Welt wird Jesus Licht bringen. Und dieses Licht, das verspricht Jesus, wird die Welt und uns heilen, transformieren und erneuern. Mir gibt diese Hoffnung unfassbar viel Mut, mich zu engagieren gegen Ungerechtigkeit, zum Beispiel in Peru. Da habe ich mit Freunden so eine kleine Hilfsorganisation aufgebaut, sehr klein. Aber ich weiß, es ist nicht umsonst. Wir fangen jetzt an, diese Welt ein Stückchen gerechter zu machen und eines Tages wird Gott das vollenden. Wir sind Teil von Gottes Geschichte mit der Welt. Und hey, wenn du auch dabei sein willst, sag Gott das doch.